Zweites Gegenargument, die Trübsal sei der Zorn Gottes. Die Trübsal sei der Zorn Gottes. Leute wie Roger Alibi, diesen Verführer, sie werfen einfach die Trübsal und den Zorn Gottes über einen Haufen. Sie machen einfach ein Ereignis daraus. 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 10 Und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten aufgeweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Aha! Der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Wir werden vor der Trübsal entrückt. Aber hier steht vor dem zukünftigen Zorn. Die Trübsal und der Zorn Gottes, das sind zwei verschiedene Dinge. Das werde ich später noch genauer erklären. 1. Thessalonicher 5, Vers 9 Denn Gott hat uns nicht zum Zorngerecht bestimmt. Siehst du, wir werden vor der Trübsal entrückt. Nein, wir werden nach der Trübsal entrückt, wie wir schon gelesen haben, denn die Trübsal ist nicht Gottes Zorn. Der Witz ist, dass derselbe Brief, aus dem ich euch jetzt die zwei Verse zitiert habe, der 1. Thessalonicher Brief, dass derselbe Brief uns sagt, dass wir dazu bestimmt sind, Bedrängnisse zu erleiden, wie ich euch schon vorhin gezeigt habe. Dass wir dazu bestimmt sind, Bedrängnisse zu erleiden. Das ist derselbe Brief, der uns das sagt. Der uns auch sagt, dass wir eben rettet werden vor dem zukünftigen Zorn. Wo wir also sehen, dass Bedrängnis, Trangsal, Trübsal und der Zorn Gottes zwei verschiedene Dinge sind. Aber jetzt wirklich der entscheidende Vers. Ihr seid weiterhin in Offenbarung Kapitel 6, wo ihr ein Lesezeichen drin habt. Offenbarung Kapitel 6, Vers 10 Lies diesen Vers genau. Hier heißt es, Wie lange, o Herr, du Heiliger und Verhaftiger, richtest du nicht und rechst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Das bedeutet bisher, bis zu diesem Punkt, hat Gott noch nicht eingegriffen. Hat Gott noch nicht uns als Christen gerecht. Bis zu diesem Punkt hat Gott seinen Zorn nicht entbrennen lassen. Wie kann die Trübsal Gottes Zorn sein, wenn bis einschließlich der großen Trübsal Gott nicht eingegriffen hat? Wie kann es Gottes Zorn sein? Es ist nicht Gottes Zorn. Beide drei första E except eine Zorn. paar Krone Nachrichten. Beide drei capsum. � Vielen Dank.